Hallo, liebe Wagen und willkommen. Ich habe hier Karten ausgelegt für euer Sternzeichen für den Monat Oktober 2020. Es geht in dieser Legung um Job und Beruf, also für Leute vielleicht interessant, die derzeit sich eine berufliche Veränderung wünschen, vielleicht den Arbeitgeber wechseln wollen oder auch Arbeitssuchende, die derzeit Angebote bekommen. Ja, ich starte hier rechts mit den Tarotkarten und ergänze anschließend links mit den Lenormon-Karten. Wie immer, es ist ein Kartenspiel. Bitte nehmt es auch spielerisch und schaut, ob das hier auf euch passt. Ich beginne immer sehr gerne mit Monatsenergie, also worum geht es hier grundsätzlich momentan bei euch. Und daran erkennt man in der Regel schon, okay, es ist jetzt hier meine Legung oder nicht. So, dann habe ich hier zunächst mal den Ritter der Schwerter und drauf geklärt habe ich den König der Schwerter. Also König der Schwerter, das ist halt so eure Energie und momentan seid ihr auch in eurer Energie. Es ist so Oktober. Oktober ist ja der Monat der Waage. Ich denke mal, dass es hier bei vielen Wagen darum geht, euch erreicht irgendeine Nachricht. Also ihr werdet hier mit Neuigkeiten konfrontiert, wo ihr umdenken müsst, vielleicht strategisch vorgehen müsst, um eine gewisse Situation zu handeln. So, ich schaue mal auf die Vergangenheit. Da haben wir die Liebenden und den Mond. Also in der Vergangenheit hat es für manche Wagen die Situation gegeben, die dachten, okay, ich habe jetzt meinen Traumjob. Ich habe jetzt hier, ich bin angekommen. Ich habe jetzt hier wirklich das, den super Job, das super Angebot. Ja, das ist jetzt hier der Traumberuf für mich. Aber ich glaube, das hat sich zum späteren Zeitpunkt doch als Irrtum erwiesen, weil Probleme aufgetaucht sind, mit denen ihr nicht gerechnet habt. Ja, oder einige Wagen haben sich hier falsche Hoffnungen gemacht bezüglich eines bestimmten Jobs, einer Berufswahl. Ja, hier wurde etwas einfach falsch betrachtet. Hier hat man sich so gewissermaßen Illusionen hingegeben. Man hat sich hier vielleicht auch mehr versprochen. So, dann schaue ich mal auf die aktuelle Situation. Da habe ich hier zunächst wieder den König der Schwerter. Also ganz stark eure Energien. Ich glaube, ihr seid momentan in der Position, wo ihr wirklich den Strategen einschaltet. Ja, ihr denkt sehr viel nach. Ihr seid sehr stark im Kopf. Und ich glaube, ihr versucht hier einen Plan aufzustellen, wie ihr die aktuelle Situation am besten für euch, ja, managen könnt. Ich habe hier drauf geklärt. Den Magier, Fünfter Münzen und das Gericht. Einige von euch haben es hier mit jemandem zu tun, ja, der euch hier falsche Hoffnungen gemacht hat oder immer noch macht, ja, falsche Versprechungen. Jemand, der euch hier das Gelbe vom Ei verspricht und hier bei mir startest du durch und so weiter. Oder vielleicht hat dieser Person euch das in der Vergangenheit versprochen und nun werdet ihr auf einmal zurückgestutzt, irgendwie auf Fünfter Münzen. Einige fühlen sich hier ausgenutzt, weil sie zu wenig Geld bekommen. Anderen wird sogar vielleicht das Geld gekürzt. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Maßnahmen, die auch das Unternehmen betreffen, ein Kurzarbeitergeld oder ihr müsst irgendwie runter mit euren Stunden. Also irgendwas wird hier gekürzt, irgendein Mangel ist hier vorhanden. Hier ist auch eine fehlende Wertschätzung ersichtlich. Und das wird euch nun bewusst, ja, liebe Wagen. Und hier mit dem Magier, auf dieser Karte ist es sehr speziell. Hier ist ein Äffchen, ja, hinter diesem Magier. Und dieses Äffchen trägt so eine Weste und so ein Mützchen. Und dieses Äffchen erinnert an den Zorkos, ja. Also manche Wagen von euch haben es hier mit Vorgesetzten oder mit Leuten im Arbeitsumfeld zu tun, wo man sich einfach denkt, also was der hier veranstaltet, das ist hier Zorkos. Ja. Ich bin hier im falschen Film, so ungefähr. So, dann schaue ich mal direkt, liebe Wagen, wie gehst du denn mit der Situation um? Da habe ich hier zunächst mal drei der Schwerter und die Mäßigkeit. Ja, drei der Schwerter. Du bist irgendwie schon sehr betroffen. Du leidest hier. Also etwas verletzt dich. Ja, vielleicht kommt hier eine Nachricht, die dich sehr verletzt. Vielleicht hast du es hier mit Konkurrenz zu tun. Vielleicht wirst du ausgebotet. Ja, vielleicht rückt hier Konkurrenz an. Und du befürchtest, dass du hier, ja, den Kürzeren ziehen könntest. Aber mit der Mäßigkeit kommst du so wieder in diese Waagerolle, ja. Du bist hier sehr stark in deiner Luftenergie. Du reißt dich am Riemen, ja. Du bist hier nicht irgendwie dramatisch. Du machst hier keine Szene. Du trittst ganz cool auf. Du lässt es dir nicht anmerken. So, dann schaue ich mal auf dein Gegenüber, ja. Könnte hier dein Arbeitgeber sein, die Firma, wo du arbeitest oder auch irgendwelche Kollegen. Wenn du vielleicht mit denen irgendwelche Konflikte hast. Da habe ich hier zunächst mal sieben der Kältchen. Also, wenn du arbeitssuchend bist und du stellst dich irgendwo vor, muss ich dir sagen, dieses Unternehmen hat ganz, ganz viele Bewerber. Und möglich, dass du hier, ja, nicht in Frage kommst, weil hier mit den drei Schwertern hast du eh schon Konkurrenz. Also, dein Gegenüber ist hier völlig überfordert, weiß nicht so richtig, handelt vielleicht auch unüberlegt, trifft auch falsche Entscheidungen, wird hier vielleicht auch abgelenkt, ja, von jemandem oder von etwas. Und hier habe ich drauf geklärt, den Turm und den Tod. Gut, also, dein Gegenüber lässt hier wirklich etwas hinter sich. Hier wird etwas stattfinden, was etwas zum Einstürzen bringt. Etwas wird hier beendet. Ich weiß nicht, ob dein Arbeitsverhältnis hier beendet wird oder ob das hier eine Situation ist, die mit dem Unternehmen zu tun hat, ja. Hier knallt es gewaltig und einer wird hier verabschiedet. Ob du das bist oder ein Arbeitskollege oder ob das Unternehmen hier irgendwie kränkelt, weiß ich nicht. Das müsst ihr auf eure Situation anpassen. Auf jeden Fall muss, ja, dein Arbeitgeber hier irgendetwas hinter sich lassen oder auch dein Kooperationspartner schließt hiermit irgendetwas ab. Irgendetwas wird hier zusammenbrechen, irgendein Konstrukt. So, dann schaue ich mal, wie könnte das hier prognostisch für euch weiterlaufen, liebe Wagen. Den König der Stäbe, den mag ich ja sehr gerne. Der grinst auch so schelmisch, ja, der ist total selbstbewusst. Der sitzt hier in seinem Thron und hält den Stab in der Hand. Und die Farbe, die ist auch so abenteuerlich und so erfrischend, ja. Das ist so eine warme, orange-rote Farbe, so dieses feurige. Das steht für Leidenschaft, für etwas Brennen, für etwas Entflammen. Also wirklich etwas mit Begeisterung tun. Ja, und das auch langfristig, weil wir haben hier einen König. Also entweder, liebe Wagen, kommt ihr hier in eine Position, wo ihr etwas macht, was euch wirklich total mit Leidenschaft erfüllt. Oder ihr kriegt das hier zukünftig mit jemandem zu tun. Vielleicht kriegt ihr hier einen Arbeitgeber, eine Chance bei jemandem. Feuerzeichen könnte, will der Löwe Schütze sein. Jemand, der wirklich schnell ist, ja, der jemanden, also der andere entzünden kann. Der andere begeistern kann. Also hier ist viel Leidenschaft, viel Spaß dabei. Arbeit muss ja auch Spaß bringen, finde ich jetzt. Ja, ich habe auch sehr viel Feuer in meinem Horoskop. Bei mir darf der Spaßfaktor nicht fehlen. Ja, und da haben wir das gute Geld hier mit den 10 Münzen auf einmal. Wahnsinn! Hier haben wir die Liebenden und die Königin der Kelche. Sehr schön! Also hier kommt auf jeden Fall in der Zukunft etwas auf euch zu. Wo es Geld gibt. Hier haben wir die Liebenden, die hatten wir auch in der Vergangenheit. Aber ich glaube, in der Vergangenheit habt ihr gedacht, ihr habt hier irgendwie den Sechser am Lotto gezogen. Aber das war vielleicht nicht das Richtige für euch. Aber in der Zukunft kommt hier wirklich etwas, was euch wirklich begeistert. Also etwas, wovon ihr schon lange geträumt habt. Das muss nicht zwangsläufig beruflich sein. Ja, das kann auch sein, wenn ihr hier kurz vor der Berentung steht, dass ihr plötzlich irgendwelche Träume verwirklichen könnt. Ja, durch den Ruhestand. Oder es ist auch total möglich, dass ihr jetzt beruflich plötzlich euch selbstständig macht. Ja, und ihr erfüllt euch hier einen Traum, einen Lebenstraum. Und hier mit der Königin der Kelche etwas, was euch emotional total befriedigt. Ja, was wirklich Spaß macht. Wo man morgens gerne aufsteht. Wo man gerne morgens um fünf aufsteht. Oder die, die nachts arbeiten müssen. Ja, die nachts um zwei aufstehen. Und dann losmarschieren. Total voller Energie, aufgetankt. Ja, und das Geld wird hier auch stimmen. Sehr schön. Also hier in der Zukunft wird was Fantastisches auf euch zukommen. Sehr gut. So, dann schaue ich hier nochmal kurz rüber zu den Lénouement-Karten. So, was haben wir hier? Zack. Hier oben das Klee, die Fische und die Mäuse. Wie ich schon gesagt habe, hier oben mit den fünf Münzen. Irgendwie, das Geld ist knapp. Also entweder kriegt ihr was angeboten, ja, die die Arbeit suchen, wo das Geld nicht stimmt. Oder ihr seid irgendwie in einem Arbeitsverhältnis, wo plötzlich das Geld, entweder werden die Gehälter nicht ausgezahlt. Oder irgendwie die Geldauszahlung verschiebt sich hier zeitlich. Gibt es eine Verzögerung? Ja, wird das Geld später ausgezahlt, weil es dem Unternehmen nicht gut geht. Oder ihr werdet hier auf eine Teilzeitstelle gesetzt. Oder irgendwas wird euch hier gekürzt. Und das hat hier Auswirkungen auf das Finanzielle. Vielleicht ist das nur vorübergehend, ja. Zum Beispiel, wenn es der Forma nicht gut geht. Ja, wir haben ja hier auch den Turm und den Tod hier beim Arbeitgeber, beim Gegenüber. Vielleicht geht es ja der Forma vorübergehend nicht gut, wegen der Krise. Und die sagen, okay, ich kann dich hier nur behalten, wenn du hier übergangsweise mit weniger Geld zurechtkommst. Ja, wir setzen dich auf Kurzarbeit. Oder wir kürzen irgendwie die Stunden. Das Geld wird hier irgendwie weniger. Ja, zentral in der Mitte, da haben wir einen Baum. Ich glaube, das hatten wir auch letzten Monat bei euch. Viele Wagen stellen sich hier wirklich die Frage, ist das hier etwas, was mich langfristig erfüllt? Ja, ist das hier ein Job, wo ich länger bleiben möchte? Kann ich hier darauf bauen? Ja, oder ist das hier nur so ein Überflieger? Manche machen sich hier wirklich Gedanken über die nächsten Jahre. Manche machen sich hier auch Gedanken über die Berentung. Vielleicht steht bei einigen auch wirklich die Berentung an. Das habe ich vorhin irgendwie so reinbekommen, instinktiv. Also, hier geht es wirklich um die Langfristigkeit. Man möchte etwas Stabiles auch für lange Zeit haben. Hier haben wir den Turm, könnte mit einer Behörde zusammenhängen, ja. Irgendein Unternehmen, wo es Schwierigkeiten gibt, ja. Wo es auch Klamauk gibt, wo es Probleme gibt. Irgendwie weiß links nicht, was rechts macht, so ungefähr. Das sorgt auch hier für Kummer und Sorgen und Stress. Ja, hier rennen irgendwelche Leute konfus durch das Labyrinth. Sehr viel Chaos. Ja, hier haben wir auch beim Gegenüber dieses Chaos mit diesen sieben Kelchen. Also, dieses Undurchsichtige, diese fehlende Transparenz, vielleicht auch fehlende Strukturen, ja. Weil das Labyrinth, das ist ja auch, also, ich mache mit meinem Sohn auch manchmal so Kinderhefte, so Rätsel und so. Und da haben wir auch so Labyrinthe. Und die sehen ja immer so chaotisch aus, ja. Die Wege sind auch manchmal krumm. Also, irgendwas ist hier ziemlich chaotisch in einem Unternehmen. Die, die selbstständig sind, ja, haben vielleicht auch Probleme mit der Selbstständigkeit, müssen sich da erstmal neu positionieren, irgendwie eine Ordnung schaffen, eine Struktur schaffen. Ja, sehr viel Unruhe mit den Vögelchen. Könnten hier auch Zwitscher, Zwitscher, irgendwelche Nachrichten reinkommen, ja. Die euch hier wieder vom Ärger weglocken. Vielleicht hier irgendwelche Angebote. Vielleicht räucht man sich ja um, aha, und so. Da könnte ich ja mich auch bewerben. Da werden Leute gesucht. Da finde ich vielleicht meine 10 Münzen, sowas in der Art. Ja. Okay, das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Oktober und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.